Herzlich Willkommen Freunde hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute gibt es mal wieder einen weiteren FIFA Talk und zwar reden wir heute über vier sehr interessante Themen rund um FIFA 18 und falls ihr das öfter sehen wollt, lasst den Daumen nach oben da und wir gehen jetzt auch schon direkt rein ins allererste Thema und hierbei geht es ums Rating Refresh in FIFA 18 und zwar habt ihr ja vielleicht mitbekommen, dass die BPL schon gekommen ist am Freitag und am Sonntagabend 19 Uhr kam dann die Calcio A und da gibt es eben einen League bzw. eine Prediction ich bin mir nicht ganz sicher ob es stimmt, aber die ersten zwei Termine haben gestimmt, also Premier League und Calcio A waren richtig deswegen gehe ich stark davon aus, dass das auch folgend so weiter geht und dass das auch folgend so stimmt und zwar kommt dann laut dieser Liste eben am Dienstag die Ligue 1, dann am Donnerstag die La Liga, am Samstag die Bundesliga und dann am Montag noch Rest of the World, alles sollte immer um 19 Uhr kommen und ich denke wirklich, dass das ein League ist, dass das wirklich stimmt also ich kann es mir gut vorstellen, dass da eben am Dienstag zum Beispiel vielleicht ein neuer Mbappé kommt ich hoffe es sehr, denn den würde ich in mein Team einbauen und ja das sind auf jeden Fall die Updates zu oder die Daten zu Rating Refresh Weiter geht es mit einem Video, wo ein YouTuber Spieler vorstellt, die verdammt viel wert sind, von denen man es aber überhaupt nicht erwartet zum Beispiel gibt es da einen 83er Spieler, der über 70.000 Münzen kostet, ja welcher das ist, dazu schaut euch einfach das Video an, da erzählt ihr auch die anderen Spieler, da sind auch ein paar Karten dabei die halt einfach so 5k kosten oder so, aber die halt einfach irgendwie ein 76er Rating oder so haben also schaut euch das Video an, falls ihr gerade Coins braucht, vielleicht habt ihr Glück und irgendein Spieler befindet sich in eurem Verein Beim nächsten Thema geht es darum, dass mein Abonnent ein Bild geschickt hat von einem unfassbar krassen Bronze Pack er selbst hat dieses Pack angeblich gezogen und da sind einfach nur Bronze Karten und halt ein Silberspieler, ein Inform Silberspieler und zwar Itten heißt der gute Mann, ist jetzt keine besondere Karte, aber das ist schon krass, dass man in einem Bronze Set einen Inform Silberspieler ziehen kann finde ich extrem heftig, das heißt man kann eben auch in einem Silber Pack einen Gold Inform ziehen und das heißt eben auch, man kann in einem Silber Pack eine Legende ziehen, das ist ja auch schon einmal passiert da hat jemand, ich glaube es war, was Hernandez oder, ne ich glaube Overmars hat jemand gezogen in einem Silber Pack, auch verdammt krass aber in einem Bronze Pack eine Silber Inform finde ich auch verdammt krass und falls ihr immer solche Packs oder irgendwie so richtig krasse Sachen zu FIFA 18 habt dann schickt mir die unbedingt auf Instagram, bitte nicht böse sein, falls ich nicht antworte, denn teilweise kenne ich Sachen schon oder es geht sich einfach nicht aus, alles zu beantworten, aber schickt mir da unbedingt ein paar Sachen, wenn ihr da irgendwas auf Lager habt denn so ein Bild zum Beispiel finde ich unfassbar genial So, als letztes haben wir jetzt wieder ein Bild von einem Abonnenten eben, der mir das auch über Instagram geschickt hat und zwar ist das ein absolut komischer Bug und zwar steht hier, Squad Battles beginnt in 1266 Tagen und 7 Stunden Nice EA, da habt ihr auf jeden Fall einiges richtig gemacht, das sind so circa 4 Jahre, ja, da beginnt dann Squad Battles für ihn Ja, Gönnungsphase würde ich da mal sagen, also oben steht sowieso was anderes als unten Ne, warte mal, bis zum nächsten Gegner Update, genau 1272 Tage und 15 Stunden bis zum nächsten Gegner Update Grüße gehen raus an EA, ja, top auf jeden Fall das Ganze hier Den Bug habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, dass auf der Transferliste irgendwie 65.000 Spieler oder so angezeigt werden Den Bug, den haben mir ganz ganz viele schon geschickt und den hatte ich auch schon mal in einem Video drin Deswegen, den braucht ihr mir nicht mehr schicken, aber sowas zum Beispiel What the fuck, Alter, yay, was denkt ihr euch dabei? 4 Tage in 4 Jahren erst als Squad Battles läuft bei euch Und ja, Freunde, da würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 FIFA Talk Falls es euch gefallen hat, lasst gerne mal den Daumen nach oben da Und ich habe heute versucht, wirklich viele verschiedene Dinge mit reinzunehmen Einmal das eben mit den Rating Refreshes, dann ein paar Bugs Und dann eben auch noch, was euch weiterhilft, wo ihr Coins bekommen könnt Eben durch die Spieler, die mehr wert sind, als man eigentlich denkt Also ich habe jetzt wirklich versucht, von jedem ein bisschen was reinzunehmen Damit ihr hier heute ein bisschen was mitnehmen könnt aus diesem Video Und ihr auch einen Mehrwert habt Und ja, Freunde, das war es mit dem Video Ich wünsche euch noch einen schönen Vormittag, Mittag oder Abend Ich weiß noch nicht, wann ich das Video raushaue Ja, haut rein, habt immer high hopes Bis zum nächsten Mal und ciao Bis zum nächsten Mal